Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2, Leute. So, in der letzten Folge hatten wir ein bisschen Tutorial gespielt, würde ich sagen. Und wir schauen mal, was jetzt zu tun ist. Wir haben das. Wir sind sicher. Sei stark, Jose. So, wir gehen mal raus. Und immer noch der Schneesturm. Schauen wir, wie wir mit dem hier reden können. Schauen wir mal raus. Das ist lustig, oder? Natürlich. Haben Sie jetzt mal die ganzen Charaktere merken? Kolm? Sie hat immer gute Informationen gehabt. Komm schon. Und Sie denken, jetzt ist die richtige Zeit, um einen Schrauch? Jetzt, Sie möchtest du mit einem Schrauch und Schrauch? Ich bin sehr alt für diese Leben. Herr Matthews, Herr Smith, Herr Pearson, bitte schauen Sie nach dem Ort. Es gibt O'Driscolls über. Okay. Südwesten, richtig, Arthur? Ja. Sie sagten, folgen den Hauptweg, Südwesten. Sie sind in der Nähe von etwas Zeit. Okay. Lass uns diese Schrauchte finden, bevor sie uns finden, und robben diese Schrauch der Planeten. Wieder eine Filmsequenz? Was ist das? Tracks. Hörer, viele von ihnen. Okay. Eine ganze Menge Pferde. Eine ganze Menge Pferde. Das ist die Idee zwischen Sie. Kann man so einstellen? Kann man so einstellen? Können wir mal in eine Einstellung schauen? Ich glaub aber eher nicht. Ähm. Audio. Warum muss ich die Stereoanlage tun? Ich hab doch eigentlich... Okay. 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 den sollte man ein bisschen lauter stellen, oder? Den sollten wir ein bisschen lauter stellen, oder? Das ist so, wie das wird. Das ist richtig, Boss! See that, Boss? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Hold up here! Whoa! All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch? Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go! Okay, ich geh mal zum Pferd schnell. Mir kann ich hier nicht mein Gewehr nehmen, was ist hier los? Wollt er eigentlich mein Gewehr nehmen? Wird immer ne Waffe dabei! Okay, drei sehe ich jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, fünf Leute. Okay. Sechs. Wer ist die? Wer ist das? Wer sagt? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer sagt? Wer ist der? Ja, das wird die Feuer schon nehmen. So, Schulter. Wo ist das? Schau mal die Jacke an, da sieht man sogar die Fasern wegstehen. Heftig. Die Fasern wegstehen. 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 Mach doch schon, Mensch. Äh, alles los muss ich in die Hand nehmen. Okay, Hammer. Die Fasern wegstehen. Kann ich hier nochmal Entdeckung gehen? Du willst den Lied? Mach den Lied, Martha. Ah, okay. Du willst den Lied? Geh. 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 Wenn ihr wieder geht, wenn ihr zu ehren was raden könnt, dann braucht es uns nach oben zu bewegen. Okay. Heiner getroffen, Mensch! Heinen gut runtergeschossen. Ich fühle mich an. Das Leute, die von uns auf dem Leben zu verbreitzen. Keine Ahnung! Das wird nur noch gut sein. Das ist jetzt. Es war ein Fuss, der uns so großartig ist. Ich denke, das sind alle. Ah, jetzt können wir plündern. 1,76 Dollar. Ah, Revolver-Munition. Können wir die Waffe auch mitnehmen? Die Waffe können wir nicht mitnehmen, okay. Wir nehmen alles mit. Die Waffe können wir nicht mitnehmen. Ah, okay Nein, ich stirb doch auf dem Schwein Ah, okay Ah, okay Ah, okay Ah, okay Dann werden wir die Waffen wechseln Oh, krass Jetzt muss ich erstmal looten Kautabak Ah, dann können wir praktisch nur Medizin, wenn wir die looten, oder? Nee Gürtelschnalle Gürtel Dead Eye, okay Ah, okay Ah, ich hab gedacht, das führt sich von selber wieder auf Okay, dann müssen wir was trinken dafür Also kein Ding Ah, okay K Paula Tief Kau Kpost K K Können wir jetzt rauchen hier? Was haben wir da? Ah ok, so ein Wundsekret, aber wie können wir diese Gegenstände, schauen wir mal was gibt es hier noch, ok, achso das ist unser normales Zigaretten, um wenig Schaden zu füllen, um den Kern deiner Dead Eye ein wenig auf, ok, komm, noch eine Kippe an hier. Okay. Das ist gut, Leute. Jetzt, lass uns den Ort abziehen. Bill! Du gehst das Wagen da. Michael, du gehst das Gebäude. Arthur, du gehst das Gebäude nach links. All right, man, quick! Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go! This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. I'm proud of you boys. All of you. Not a man down. I'm not a man down. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles and Sean back riding with us. And I believe, I know, they will all be back. Well, he didn't get combed, but this head will hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train too. Haha. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. Can we have a dynamite for the train? He'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Then loose. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp, the comb? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Help. Don't push. He's going full speed Wann? Ah! No! Don't hurt me! Er hat jetzt eure Gedrückung, steige vom Pferd ab. Okay. Ah, okay, das ist unsere Tasche. Tennessee Walker, das ist der Typ. Das ist der Typ. Okay, unser Navi haben wir jetzt auch. Sehr schön. Das ist der Typ. Ich bin irgendwie gespannt, wann wir den Silber kunden können. Okay. 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 Hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Huh. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle. Mr. Williamson. Tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting. Save fellas as need saving. And feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Okay. Mission abgeschlossen. Alte Freunde. Jetzt will ich mal zum Pferd gehen. Ob wir das streicheln können. Hmm. 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 Irgendwie kommt mir das doch streicheln, oder? Pferd. Ja, komm, wir gehen mal zu den Peers rein. Die Nachwirkungen der Schöpfung. Die Nachwirkungen der Schöpfung. Ich will nicht wissen, was du in der Schöpfung gekommen bist, Herr Pearson. Wir waren in der See, für 50 Tage. Und du, unfortunately, überlebt. Als wir weg von Blackwater entfernt haben, ich konnte nicht die Bewerbungen in. Wenn die Regierungen der Schöpfung aufhören, manchmal, die Schöpfung brauchen zu werden. Wir überlebt. Wir haben immer. Ja, sollten jagen gehen. Damit ihr auch die ganze Crew hier versorgen könnt. Die Charaktere sind echt geil gemacht. Kommt richtig gut rüber. Okay. Dann können wir schon... ... ... ... ... ... ... ... ... Und so. Schauen wir mal, wo ich es inkriege. Piersen weiß nicht, was er spricht. Jetzt, die Wölfe ist ein bisschen. Es werden die Wölfe, mit dem Gön. Schauen wir mal, ob wir irgendwie ein Bier anfinden oder so. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt ein paar Blöden hier. Das ist gut. Wir schauen nach dem Weg. Die Wind hat auch geflogen. Das ist gut. Keine Wind ist schlecht. Aber wenn es zu stark ist, sie werden nicht bewegt. Jetzt fuhren. Bleib ruhig. Okay. Nice. Hey, stop here a second. Ich sehe etwas. Easy. Eines Deer wurde hier. Rösschen. Wie kann man es sagen? Wie kann ich es nicht? Wir werden sie auf den Fuß behalten. ich habe den vorher schon ausgerüstet ich drücke L3 und E3, muss alle Auge zacktivieren ah ok es wird mir eh noch angezeigtes blinken, ich weiß nicht ob wir das sehen könnt ja Ja da ist er Und wackelt er dir so rum Na ist das ein scheiß Na ok da vorne sind auch nur welche Und wackelt er dir so rum Ich lege noch einen Hirsch Und jetzt kann ich das nicht looten oder was Nein was ist denn das für ein scheiß Ich habe ihn Trink doch mal schnell einen Hirsch rum Ich lege noch einen Hirsch rum Ich lege noch einen Hirsch rum Ich lege noch einen Hirsch rum Ok Ok Ich lege noch einen Hirsch rum Jetzt kommen die zu Wir müssen sehr fressen können Zwei Hirsche Ich lege noch einen Hirsch rum Ich lege noch einen Hirsch rum Krieg nicht zu fressen Vielleicht hat er das Kantechschul auf die Pearson gewünschte. Die Frau hat eine wilde Fische in ihren Augen. Natürlich, sie hat ihren Mann, ihre Haus, alles, was sie hatte. So, was wir mit ihr tun? Als wir rauskommen und wieder auf unsere Füße sind, sehen wir. Wir haben eine Familie irgendwo. Wer weiß, vielleicht wird sie mit der O'Driscoll für uns. Haha, ich weiß, wer mein Geld ist in dieser Kampf. Er ist schweig, aber das macht ihn viel mehr sinnvoll. Vielleicht können wir mit ihnen, bevor sie zu uns kommen. Was ist mit deinen Driscoll? Du hast nicht mit ihnen dealt? Ich denke, wir haben nicht viel mit ihnen in den letzten sechs Monaten geliefert. Ich glaube, weil sie hier sind. Ja, ich habe eine Menge gesprochen von ihnen gehört. Na ja, wir haben uns mit ihnen geliefertigt, mit ihnen seit Jahren. Großartige Mannschaften, schlussische Mannschaften. Sie sind der Kohl, der Kohl und der Deutsche zurückgehen. Und nicht in eine gute Weise. Ein properer Blut-Fug. Oh, watch it. So habe ich gehört. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Du musst dich wirklich wütend sein. Bleib gut zurück. Sprengstörner wie diese sind das Schlimmste für die Tiere, die schlafen in der Winter. Warte! Wie ist das? ein bisschen abknallig da Nicht so viel, Yume. Wie lange hast du mit uns mit uns? 5-6 Monate? Something like that. Aber du hast das nicht erwartet. Was? Any of das. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner oder später, ein Job wird falsch sein. Das ist die Natur. Ich dachte, dass du jetzt weitergegangen bist. Du willst mich weitergegangen? Nein. 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 Ich weiß, dass du alleine fahren kannst. Kein Problem. Ich habe das seit langem gemacht. Ich bin fertig. Ich habe immer gefragt, ob jemand dich in deinem Schlaf zu töten. Ich habe immer noch das gefragt. Ich denke, du bist okay. Das passt mir. Natürlich. Ich könnte mit einer anderen Gang fallen, aber Dutch. Du kennst... Die Lover machen mir dann schon viel. Oh, ja. Das ist sicherlich anders. Er macht mich fair. Ja, die meisten machen. Und für einen Mann mit einem Schlaf mit einem Schlaf und eine Indische Mutter. Das ist nicht normalerweise der Fall. Na gut. Wir brauchen dich jetzt. Oder nie. Das ist gut. Und wie lange hast du mit diesen Schlaf mit diesen Schlaf? Warum hast du nicht gewonnen? Ich? Ich weiß nicht. 20 Jahre oder so. Seitdem ich ein Schlaf war. 20 Jahre? Ich bin schon. Also eher in der Gang. 20 Jahre oder so. Ich bin schon. 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 Ich bin schon ein bisschen. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Okay. Duh. Nichts zu fressen, aber zu saufen. Okay, jetzt können wir hütten. Einfach mal schnell die Haut abgezogen. Ja. Ja, wir haben gesagt, wir waren ein Böcher. Wir wissen, wir können diese oder verkaufen diese in fast alle Stadt. Ja, das ist kalt, wenn keine Fliegen rankommen. Und verfolgen sie gleich. Wenige Tage später. Du hast die meisten herausfordern, sie in deinem Protokoll noch um weitere Informationen zu erhalten. Das war ein schlechtes Wochenende. Aber Dutz, als Dutz, ist Dutz, er arbeitet zu machen. Und Dutz, als Dutz, die Dutz sind Dutz. Dutz sind Dutz. Dutz sind Dutz. Dutz sind Dutz. 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 Dutz, ich will Sie dich sehen, Johan. Er sieht mich jetzt. Also mit mir... Was gibt mir jetzt? Ich motione mich Tada! T快st du siehst. Du ist eine Brsa, Madj. Er ist eine Leid, Abenteil. Wir alle wissen ihn これ. Jetzt. Ein Fahrrad. Bill. Sch Autobahnatzen einen Rahmen- vor der Truhete dann vor der Taunen. Das ist keine Problem. Warum machen wir das so? Die weather ist geschehen und wir können weggehen. Ich dachte, wir sind schlafen. Was willst du von mir, Hosea? Ich möchte einfach nicht mehr Menschen sterben, Dutch. Wir leben, Hosea. Wir leben. Wir leben, wir leben. Wir leben, selbst du. Aber wir brauchen Geld. Alles, was wir in Blackwater haben. Du willst du nach hinten gehen? Nein. Ich versuchte, Dutch, ich versuchte dich. Ich wollte nur mit dem Plan, was zu liegen, dann zurück nach Westen. Und jetzt, wir haben uns zu robben. Welche Wahl haben wir bekommen? Leviticus Cornwall ist kein Schmerz, Dutch. Wer ist Leviticus Cornwall? Er ist ein große, Räulein-Magnet-Sugar-Dealer-Oil-Mann. Wie gut für ihn? Sieht so, er hat mehr als genug zu tun. Dutch! Gentlemen! Es ist Zeit, zu machen etwas von uns. Geht eure Hosen bereit! Wir haben einen Train, um zu robben! Okay, Leute! Und damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und schauen uns natürlich in der nächsten Folge an, wie es denn mit dem Zugüberfall weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr dabei bleibt. Und wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst, wie ihr das Game bis jetzt findet, würde mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao! Euer Andi! Und dann, bis jetzt! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!